Hi, willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy VII. Im letzten Part haben wir leider ein bisschen zu viel Eis gesehen. Viel mehr als mir lieb ist. Und ja, immerhin haben wir die Espa Alexander gefunden. Und jetzt geht's weiter. Wir müssen diese Felswand hier hochklettern. Und... So eine Art kleines Minispiel. Man sieht da unten rechts die Temperaturanzeige. Und die geht immer weiter runter unter diesen Fahnen. Kann man sich aufwärmen. 38 Grad ist, glaube ich, das Maximum. Viel wärmer sollte, glaube ich... Ich bin kein Arzt, aber viel wärmer sollte die Körpertemperatur nicht sein. Und deswegen... Wir tun uns einfach bei jeder Farme auf 38 Grad wieder hochmachen. Und deswegen sollte nichts passieren. Wir wollen hier nicht, dass der gute Cloud bei ihm klettern uns umkippt. Irgendwo oben sollte dann auch ein Höhleneingang sein. Hä? Da. Da ist er auch schon. Gut, schnell rein in die Höhle. Da scheint es dann hoffentlich nicht ganz so kalt zu sein. Auf jeden Fall kann ich nicht umklappen. Aber ich kann in Zufallskämpfe laufen. Oh, lol! Es werden Endbossen recycelt. Jedenfalls die Form davon. Oder Zwischenbuffel könnte man sein. In der Höhle der Gie war das ja auch schon. Es war kein Zufallskampf, aber... Etwas härterer Zwischenkampf, den man schlägern musste. Vergiften die mich? Das wäre gar nicht geil. Ja, tun sie. Aber sonst macht es so nicht viel Schaden. Den Klappen, der soll ich machen. Der ist dagegen geschützt. Aber irgendwie haben die mich langsam gemacht. Ich hoffe, diesen Zufallsgegner sehe ich nicht oft. Der haupt richtig viel Zeit. Aufein, der bringt relativ viel Punkte. So, gehen wir mal hier oben raus. Um zur Kiste zu kommen. Da ist eine Kiste. Schmuckbeahnt. Oh, wait. Damit ist Cloud ausgerüstet, ne? Aha. Das ist das Ding, was vor abnormalen Zuständen schützt. Das ist sehr gut. Das geben wir mal sit. Weil der Healer sollte nicht vergiftet werden können oder so. Kann ich hier oben noch hin? Zu der nächsten Kiste? Oh. Neue Variationen der Pinguine. Hätte vielleicht auf den auf die Mitte gehen sollen. Naja, jetzt egal. Megasprung! Ah, es reicht. Okay. Zip könnte auch mal langsam, finde ich, ein neuen Limit lernen. Er hat erst einen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft wir schon den ersten eingesetzt haben. Aber wenn man den halt eine gewisse Anzahl einsetzt, schaltet sich der Zweite mit der Stufe frei. Und wenn man eine gewisse Anzahl an Feinden besiegt hat, ähm, der, der Stufe 2. So, wir haben jetzt einen bekommen. Das ist der von Stufe 1. Sehr gut. Dynamit! Achso. Ach, ich bin gerade komplett lost. Stufe 1 ist ja immer noch das Gleiche. Aber man musste doch hier Dings... Oh, das geht sogar gegen alle Gegner. Dynamit macht genau das, wonach es klingt. Sid wirft eine Dynamitstange. Auf die Feine. So. Den Stein rollen wir mal weg. Ich hab ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Der räumt die Kristalle wahrscheinlich ab, ne? Sehr schön. Gibt's noch mehr Felsen dieser Sorte? Und ein weiterer Zufallskampf. Naja. Ich blame die Zufallskämpfe zwar, weil die, wenn du zu viele hast, nach der Zeit ein bisschen auf den Nerven geht. Aber man hat supergeile Musik und man wird stärker dadurch. Deswegen ein Übel, was man in Kauf nehmen sollte. Final Fantasy 7 hat zum Glück so ne gute Musik. Wenn das... Wenn zum Beispiel Final Fantasy 7 irgendein Musikthema hätte... Halt die Kiste nicht genommen? Was mir auf die Nerven gehen würde, dann... Wird das nicht so geil, ne? Wir haben einen Speer. Waffe für Sid, also. Der ist schlechter als das, was ich trage. Aber der macht doppelte Schachtung halt. Sechs Plätze. Das hat nur fünf Plätze. Sid hat, glaube ich, nicht so wirklich was, was ich ablegen möchte, oder? Oh, doch, 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 doch. Da sind ein bisschen Sachen bei, die man ablegen könnte. Ah, komm. So wichtig ist das mit dem Wachstum nicht. Wenn man eine Materia hochpushen möchte, dann kann man wie so farmen. Und dann kann man immer noch diese Wachstum-Waffen anlegen. Er fällt auch mit auf, so. Das bringt nichts mehr, mein Freund. Sid ist mittlerweile dagegen geschützt. Das Vieh ist relativ oft dran. Und dieser Angriff hat eine super langsame Animation. Tita, 9 level up. Sehr schön. Den habe ich ja zufälligerweise sogar den richtigen Weg genommen. Aufgrund der Stachen wäre ich... Okay, ich wäre hier sowieso nicht weitergekommen. Okay. Auf den ersten Blick sieht es ein bisschen irreführernd aus. Aber es ist super simpel, hier durchzukommen. Laut, du Affe. Verfehle die scheiß Flea Maus nicht. Ähm... Irgendwo in dieser Höhle kommt auch ein Boss. Ich weiß nicht mehr, wann der kommt. Deswegen tue ich mal Sid-Forces-Halber-Healen. Das sollte nicht so das Problem sein. Eigentlich sollte ich auch kurz vorher einen Save-Punkt haben. Das wäre jedenfalls fair. Und deswegen darfst du die Höhle nochmal machen. Achso. Ich muss wie so... Nein, 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 nein. Er ist... Er ist aufwärmen, Cloud. So, jetzt haben wir die erste Wand, wo ich zwei Möglichkeiten habe, weiterzugehen. Geh erstmal hier... Geh mal nach oben. Weil... Der Weg ist kürzer. Das ist bloß die Frage... Was ich damit erreiche. Ich geh mal nach links. Ich glaube, rechts hoch geht es zur nächsten Höhle. Achso. Man kann den gar nicht nach oben. Ist einfach nur ein alternativer Weg. So wenn man sich bei jeder Farbe aufwärmen kann, kann eigentlich nichts passieren. Ich hätte gedacht, vielleicht haben die Entwickler hier was versteckt. Oder verstecken eine Sackgasse. Nice one. Schöner Troll. Gehen wir halt die andere hoch. So, wann kommt jetzt endlich mal die Höhle? Da. Hier draußen friere ich mir den Arsch ab. Was? Hier gibt es Zufallskämpfe? Was soll das denn? So, diesmal... Auch das viel zuerst. Das nervt mit seiner... Komischen Angriffsanimation. Das ist so unsäglich lange dauert. Lol. Bitte was? Das habe ich noch nie erlebt. Let's shit, das habe ich noch nie erlebt, dass sowas passieren kann. Die Frage, die mir stellt, ist, das warum? Hat irgendeine Waffe komfus Zustand? Anders? Oh, die KI hat einen extremen Aussetzer. Ich kann es mir ehrlich nicht erklären. Oh, hier muss ich, glaube ich, wieder mit Steinen spielen. Da ist auf jeden Fall was von einem... Sammeln! Diese Zufallskampfrate ist furchtbar. Hier, 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 schon wieder. Nachdem Sid angegriffen hat. Die sind furchtbar verwirrt. Die Würmer gerade. Und die anderen greifen auch den an, der verkiftet ist? Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist mir egal. Es ist hier mein Vorteil. Wunderbar. Alter, wie oft sind die dran, Mann! Alter, hör auf! Du stehst mir meine kostbare Videozeit! Ja, dort extra MP. Sehr, sehr schön. So, was haben wir da drin? Ein Elixier. Okay. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen... Boah! Natürlich darf man noch vorher was machen, bevor ich ihn ausknipse. Ah, die Zufallskampfe in der Höhle sind wieder schlimm, ne? Ich mach drei, vier Schritte und schon kommt einer. Hier ist ein Save-Punkt immerhin. Ich glaube, man muss geradeaus durch die Höhle, um zum Boss zu kommen. Und man muss hier irgendwas mit diesen Steinen wieder machen. Um erstmal an die Kiste zu kommen und zweitens, um an den Weg zu kommen. Oder ne, es war irgendwas mit Eiszapfen, ne? Ich weiß es nicht mehr, aber wir werden es herausfinden. Es ist ein ganz gut, dass ich jetzt den Klassiker nochmal vor den Remake spiele, um mein Wissen aufzufrischen. Weil, wie ich feststelle, ist es nicht sehr gut. Ja, greift den Pinguin an, das ist mir vollkommen Latte. Und da wird, wie ich glaube, sehr, sehr schön. da bekommt auch bestimmten zufalt ganz ich darf ein paar schritte gehen ohne was passiert so feuer armband so das ist tatsächlich glaube ich kein zufallskampf genau das wird einfach so getriggert hallo warum haust du gehen sie sich daneben oh der revanchiert sich muss aufpassen so zereck misset machen wir mal dynamit das geht auf alle sollte die schledermaus weg sein der eiszapfen ist jetzt sowieso kaputt das ist der sinn dieses kampf nämlich weil jetzt geht der nach unten und tut nein wir bleiben hier oben sonst ein paar wege offenbar ich glaube können wir auch noch ein bisschen hier gehen wir mal auf den eil sapfen weil fit springt glaube ich wieso alles hier mit dynamit in die luft jetzt sehen wir das mal als ziemlich unspektakulär das einzige coole ist dass er mit der zigarette die anzündet bam alle weg so und wir haben den eiszapfen getötet und runter nein wir werden nicht runterspringen wir ebnen uns immer weiter den weg zum boss auch wenn diese fledermäuse uns das leben schwer machen zitt du solltest eigentlich den eiszapfen mit angreifen du solltest die fledermäuse hier angreifen warum treffe ich die jetzt nicht bullshit und warum sterben wir nicht so eben mal die ganze weile drauf gehauen und es ist nichts passiert voll komisch könnte sein dass ich den eiszapfen auf was wir eingegriffen haben aber das glaube ich nicht und abwärts nein möchte ich nicht ist nett dass du mich die ganze zeit fragt aber ich möchte das nicht ich möchte zu der kiste darüber so ein eiszapfen müssen wir noch killen natürlich treffe ich wieder nicht wartet ab wartet ab vielleicht ist vincent ein limit und dann kriegt die auf die fresse also ich so du 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 So, jetzt noch die Eishapfen hier kaltstellen und dann haben wir diesen nervigen Bereich hier überstanden. Deswegen ist der Fleder mal so ein bisschen nervig, weil ich die nicht immer treffe. So. Ich werde jetzt wieder nicht runterspringen, weil ich noch an die Kiste will und danach gibt mir das Spiel bestimmt keine Möglichkeit runterzuspringen. Lexus- what? Was ist das? Was ist das? Letztes Elixir? Da ist was Neues. Mega-Elixir heißt es. Das hieß eben Letztes Elixir. Ich nehme an, das ist irgendwie ein Übersetzungsfehler und es soll Mega-Elixir heißen. So, jetzt kann ich hier nicht runterspringen oder was? Jetzt geht's auf einmal. Warum nicht da vorne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da links hinkommen soll. Warte, wir speichern noch nicht. Wir können noch uns die Kiste da snacken. Speed-Kapsel, okay. Okay, so, da in der Höhle, da ein Boss kommt, nehmen wir mal ein Zelt, wenn ich's finde. Damit wir mit Sid auch voller MP haben. Das Spiel sollte ich vielleicht trotzdem safen. Auch wenn ich den Boss, der jetzt kommt, nicht so als schwer in Erinnerung habe. Aber das habe ich bei der Wand im Tempel des alten Volkes auch gesagt. Und ich habe auch ins Maul bekommen. Und ich glaube, die gehen wir erst im nächsten Part an. Weil sonst haben wir, glaube ich, wieder Überlänge. Wisschen traurig, dass ich jetzt nur den Letcher hier geschafft habe, bis zum Boss. Und was soll ich tun? Encounter, 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 ne? Boah. Geht's hier noch in den Limit für den Boss? Das ist auch nicht schlecht. Vor allem, Dynamit ist gar nicht so schlecht, weil der Boss hat ein kleines Besonderheit. Und das sehen wir in dem nächsten Part. Ja, dann würde ich mal sagen, auch wenn ich nicht ganz so viel geschafft habe, Zufallskämpfen sei Dank. Hoffe ich, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat und bis zum nächsten Mal. Ciao.